Musik Musik Blauer Mittwoch Warum gab es so blau, oder? Ist ein Mann von einem Mann in der Christianstraße gesehen und er ging hier gleich um die Ecke in die Klostermühle natürlich hinein. Man hat ihn dort gesehen wie er ein Bierchen trinkt und Jazz hört. Man hat's gesehen. Wir wünschen ihm und alle anderen einen richtig tollen schönen, wunderschönen, tollen bombigen Abend. Yo, Future Fox! Applaus KAL K uit K K K K K K K Musik 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 Musik